So, 15.30 Uhr, Dogdance Workshop. Als erstes wollen wir Ihnen mal zeigen, woraus Dogdance eigentlich besteht. Dogdance hat zwei Kategorien. Die erste Kategorie ist Healwork to Music. Healwork kommt aus der Fußarbeit. Bei unserem Verband, dem DDI, gibt es für das Healwork 16 Positionen. Wir haben hier einen hervorragenden Healworker, einen Mann, das ist schon mal etwas Besonderes, der auch noch Healwork war. Björn ist seiner, wie heißt der? Hempi heißt er. Er hat auch eine Hundeschule, bei ihm kann man das also auch lernen. So, ich gebe jetzt mal an meine Frau weiter, sie ist Spezialistin, sie kann Ihnen die Positionen erklären. So, ja, der Björn läuft jetzt in der Seite Position, also Fuß andere Seite vorwärts und quer ab. Ganz schwierig, der Hund soll möglichst gerade ihm immer folgen, auch mit der Hinterhand. Und das machen die beiden ganz süper. Sie dürfen ruhig applaudieren zwischendurch, wenn Ihnen das gefällt. Süper. Das ist jetzt die Fußseite. Und das wird jetzt in der langsamen Geschwindigkeit gezeigt. Und das ist jetzt in der Mitte der Beine. Und der Hund soll den Hundeführer möglichst immer anschauen. Vorwärts und drehen und seitwärts sogar. Das ist jetzt in der Mitte der Beine. Von vorne und her. Und mit drehen. Und seitwärts. In der Mitte der Beine heißt diese Position, wenn der Hund ihn anschaut von vorne. Das ist an der Seite. Und die andere Seite. Halt pflegt. Sehr ab. Ab und zu wird der Hund natürlich gelohnt, damit er auch weiterhin motiviert ist. Und jetzt wird die Geschwindigkeit erhöht. Und er soll trotzdem am rechten Bein bleiben mit der Vorderstöße. Super. Klasse war das. Das wird jetzt wieder seitlich gelaufen. Und seitlich vom Hundeführer. Und die andere Seite seitlich. Wie immer machen wir das. Mit drehen. Ganz akkurat. Super. Und immer wieder die Bein. Und jetzt schwer. Vorne schwer. Und jetzt die Schwindigkeit. Und die andere Seite. Vorne schwer. Super. Gut. Und wieder schwer. Vielen Dank ihr zwei. Das war Björn Roth mit Happy.